Vorlage, Infobox Gerichtsbezirk, Wartung, keine Kennziffer, der Gerichtsbezirk Kanalburg war in dem Bezirksgericht Kanalburg unterstehender Gerichtsbezirk in der gefürsteten Grafschaft Gürz und Gradeska. Kanalburg war der flächenmäßig sechstgrößte Gerichtsbezirk der 13 Gerichtsbezirke umfassenden Grafschaft Gürz, wies jedoch nur die viertgrößte Einwohnerzahl auf. Der Gerichtsbezirk umfasste Gebiete in der heutigen slowenischen Region Goriska an der Staatsgrenze zu Italien und gehörte zum Bezirk Gürz. Nach dem Ersten Weltkrieg musste Österreich den gesamten Gerichtsbezirk an Italien abtreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Gebiet an Jugoslawien, Geschichte. Um 1850 wurde in der gefürsteten Grafschaft Gürz und Gradeska sowie im gesamten Kaisertum Österreich die ursprüngliche Patrimonialgerichtsbarkeit aufgelöst. In der Folge wurde unter anderem der Gerichtsbezirk Kanalburg geschaffen. Der Gerichtsbezirk unterstand dem für die gesamte Grafschaft zuständigen Landesgericht Gürz, das wiederum dem Oberlandesgericht Triest, das am 1. Mai 1850 seine Tätigkeit aufnahmen unterstellt war, auch nachdem Gürz und Gradeska bzw. Triest sowie Istrien vom ursprünglichen Kronland-Küstenland ihre Selbstständigkeit als Kronland erlangten, blieb das Oberlandesgericht Triest die oberste Instanz für den Gerichtsbezirk Kanalburg. Der Gerichtsbezirk Kanalburg bildete im Zuge der Trennung der politischen von der judikativen Verwaltung ab 1868 gemeinsam mit den Gerichtsbezirken Gürz und Heidenschaft den Bezirk Gürz. Der Gerichtsbezirk Kanalburg wies 1910 eine Bevölkerung von 14.052 Personen auf, von denen 13.937 Slowenisch als Umgangssprache angaben. Im Gerichtsbezirk lebten zudem 50 deutschsprachige, 22 italienischsprachige und 43 anderssprachige oder staatsfremde. Durch die Grenzbestimmungen des am 10. September 1919 abgeschlossenen Vertrages von Saint-Germain wurde der Gerichtsbezirk Kanalburg zur Gänze Italien zugeschlagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Gebiet an Jugoslawien, heute ist es großteils Teil der Gemeinden Kanal Obsosi und Novagoreka bzw. Sloweniens. Gerichtssprengel Der Gerichtssprengel umfasste 1910 10 Gemeinden Angsba, Anhovo, AVCE, Banaisas, WT, Gaduha, Baitkanal, Desklee, Kal, Lokovec und Rosinsch. Der Gerichtssprengel